Hier ist der Sepp. Sorry Leute, ich muss ein Glas rauswerden, aber der Sepp war da, oh der war, der war sowas von perfekt, Alter. Alright, alright, Leute, willkommen zurück zu meinem zweiten Account bei 2200 Trophäen, kurz vor Arena 8, ehrlich gesagt. Und es ist ein schwieriges Vorgehen, es geht fünf Schritte vor und fünf Schritte zurück, meine ich mal. Aber hey, wie ich pushe, immer weiter, mal gucken. Da ist Magier bewährt sich bisher ganz gut, wir spielen gegen Djukul vor den Djukulum, Djukulum. Djukulum, Djukulum, so, auf jeden Fall mal schauen. Level 8, das kann vorteilhaft sein. Wie immer setze ich meine Einheiten als erster, weil ich hoffe darauf, dass er pennt und mir dadurch Elixier schenkt. Was er auch tut, wie ihr seht, ich kriege zwei Elixierbonus, ich kriege drei Elixierbonus, ich kriege vier Elixierbonus und schon hat sich der Giant von selbst finanziert. Muss nichts heißen, der kann jetzt irgendwie Level 10 der Einheiten raushauen, das könnte genauso problematisch werden. Aber hey, ich hab einen Level 5 Giant, äh, beziehungsweise ich hab einen Giant umsonst, er nicht. Okay, die. Ob, der Sepp war umsonst und schon ist mein Push Gold, der ist Gold. So, der Minipacker wird leider mal bei mir alles kaputt machen, ich mach bei ihm auch alles kaputt und setze den zweiten Giant raus, einfach weil der Push gerade wunderschön ist. Äh, okay, ah, Inferno hat er auch, okay, keine Ahnung, warum du den Feuer nicht gesetzt hast, aber egal, gönn dir. 5 gegen 5, Giant gegen, oh, gönn dir, fuck drauf. Los geht's, weiter Push. Ich dachte, der Inferno würde den Giant kaputt machen, aber ey, Eismager, beste Karte. Der hat aufgegeben, so schnell kann er an der Arena 7 Match laufen. Ey, das, das, Alter, das lief butterweich. Ich könnte nicht wohl mehr darauf einnehmen runter wahrscheinlich. Flawless, Turm abrasiert innerhalb ein paar Sekunden, es war einfach butterweich. Wie gesagt, deswegen mag ich die Karte als erster zu setzen. Die pennen, sehr viele Leute pennen dabei und deswegen gönne ich mir dieses Bonus Elixier. Klappt nicht immer, dann hat der Gegner vielleicht einen Vorteil. Und, ey, Prinz, Richtung Level 3. Eigentlich könnte ich mir so ein Metadeck aufbauen, was aktuell gerne gespielt wird halt. Riese, Prinz, Gift, Megalakaien, das sind so die Kombi. Aber der Prinz ist Level 2. Wie gesagt, ich könnte mir eigentlich so ein Metadeck aufbauen, was fast alle spielen aktuell in Arena 9. Gut, dass ich nicht wie jeder bin und verwende hier so ein richtiges Rotz-Deck inzwischen. Also, inzwischen ist das Deck für Arena 7 ungeeignet, ne. Aber, ey, ich will euch zeigen, dass man selbst mit einem ungeeigneten Deck, das schwächer ist gegen andere Spieler, äh, trotzdem gewinnen kann. Beziehungsweise auch hochkommen kann, äh, Richtung Arena 8, vielleicht sogar Arena 9. Und, der pennt schon wieder. Ich sag's euch. Setz die Karten als erster, gönnt es euch. Äh, in Arena 9 macht das keine Sau, in Arena 7 macht das jede Sau. Und, finde ich, einfach gut. Kobolder, Kobolder, so. Nice. Der Eismagier ist leider... Ah, dunkler Prinz, der Giant, lebt grad mal so. Schade. War sinnlos, das Elixier rauszupumpen. Äh, ist manchmal schwer abzuwägen. Hey, soll ich mal noch ein Elixier rauspumpen dafür? Vielleicht schafft der Push ja trotzdem. Aber hätte man einfach sein lassen sollen. Elixier sparen, für den nächsten Push aufbauen. Äh, das Ding kann ich höchstens in der zwei Elixierfaser überrollen. Einfach, weil der Inferno, der gegen den Giant, Hard-Konter ist, ne? Feuerball wird meine Support-Truppen kaputt machen. Inferno wird... Äh... Äh, Hexe, Royal Giant... Warum, äh, sind die kleinen Skelette? Ich kann den Mini-Packer nicht ausspielen. Jetzt aber. Jetzt aber. So. So. Geht doch. So, aber, ne, da ist schon wieder die Geschichte. Jetzt kommt irgendein Feuerball, der hält den ganzen Push auf und der hat sein Damage gemacht. Vielleicht überlebt der Mini-Packer, wer weiß. Äh, der überlebt sogar. So, die Hexe und der Eismager haut noch einen Lock raus. Okay. Der hat ein bisschen Panik bekommen und der muss ein bisschen raushauen. Finde ich gut, finde ich gut. Ist trotzdem schwierig, da durchzukommen. Eben, wie gesagt, Royal Giant wird immer schnell an meinen Turm drankommen. Wird ein bisschen abchippen. Mit Inferno-Turm wird er das Ganze verteidigen. Hm. Nacho, Nacho. Du bist ein scheiße Inferno-Spieler. Ich sollte eigentlich auch einen Inferno-Mein-Ding haben. Warum schon wieder? Ups. Was hat der für ein Problem? Aber wahrscheinlich, weil ich mehr Elixier habe. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, Feuerball. Feuerball. Feuerball, ne, halt. Wie soll man durch Feuerball kommen? Da ist er. Gut, hittet nur die Musketieren. Habe ich nichts dagegen. So. Komm an Giant. Überlebt's. Überlebt ein bisschen. Kleine Skelette von der Hexe. Ah. Alles zu viel da hinten, Mann. Ich komme nicht durch. Kommt sein Royal Giant jetzt gleich an. Kommt er, kommt er, kommt er. Kommt er, kommt er. Ne, der haut erstmal die Hexe raus. Ist klar. So, aber jetzt kommt er raus. Und. Zack. Schluck die Kanone. Eismagierkanone. Beste Defense gegen Royal Giant. So. Der Giant, mein Giant stirbt auch. Kann ich nicht ändern. Er kann schon wieder ein bisschen chippen. Da kommt der Feuerball. Der alles hittet. Wirklich alles hittet. Gegner. What? What? No way. Come on. Come on. Come on. Elixier. Pumpt Elixier. Was weiß ich. Macht das Ding kaputt. So schnell es geht. Ich weiß nicht, ob er es aus Versehen, weil er sauer ist. Aus welchen Gründen auch immer. Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist super im Vorteil gewesen. Egal. Huhuhu. Ja. Skill. Purer Skill, Leute. So gewinnt man Matches. Alter. Okay. Finde ich gut. Braucht Luft-Einheiten. Deswegen. Deswegen ist diese Meta aktuell auch so beliebt. Riese und Megalaka in hinten dran. Luft-Einheiten sind ganz gut gegen Inferno-Spiele. Und wir kommen echt nah dran an Arena 8. Dauert nicht mehr lange. Noch 500 Folgen oder so. Keine Ahnung. Die Spieler werden ja nicht schon wieder Hexe. Royal Giant oder Giant. Einen von beiden. Hat das Spiel gerade nicht gemerkt, dass ich gegen das Kombo gewonnen habe? Es ist 1 zu 1 die gleiche Scheiße hier. Na fast. Fast. So. Der Giant stirbt. Egal. Ist egal. Ist egal. Weil. Ich snag mir seine Hexe. Und starten. Push. Jetzt habe ich einen Eismagier-Musketierer dran. Die da auch noch. Komm, Sepp, weg. Danke. Oh, der Push ist schön. Eismagier macht slow. Musketieren macht ihren Job. Auch wenn die mit Level 5 nicht gerade krassen Damage macht. Aber hey. Der halbe Turm ist tot. Und das mit einem Push. Gute sehen. Die Princess war echt Bomben-Placement. Das war echt ein gutes Placement. War richtig schön in Range. Der. Was hat er noch? Dunkle Prinz war. Ja. Und Level 1 Wächter. Level 1 Wächter könnte sogar vorteilhaft sein. Okay. Elixiertechnisch sind wir wohl recht gleich auf. So wie ich sehe. Ich habe bisher aber keinen Tank gesehen. Das sieht mir eigentlich nach einem Tank-Deck aus. Aber hey. Muss man gezeißen. So. So. Ich habe auch eine Hexe. Ah. Hexenkampf. Und da kommt der Mini-Pekka. Ist schön. Jetzt muss irgendwo noch der Dunkle Prinz rauskommen. Auch schön. So. So. Der Push ist wunderschön. Wunderschön. Mini-Pekka lebt noch. Hexe lebt noch. Die kleinen Skelette sind leider tot. Aber die Hexe und Eismagier. Das ist ein Magier-Kombo. Flup, flup, flup. Könnte sogar reichen für den Turm. Oder? Ja. Es reicht. Der Turm ist down. Nice. In Level 9 damit. Oh. Und da. Da. Waste er auch noch ein bisschen. Ich verstehe so sein Deck gerade nicht. Irgendwie fehlt da so eine Einheit, oder? Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat? Irgendwie fehlt eine Einheit. Als ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel das hier vielleicht. Aber hey. Kann er ruhig machen. Doppel-Prinz-Deck. Aber irgendwie fehlt immer noch was, oder? Da fehlt doch irgendwie so das Hauptding, dass einem auf den Sack geht. Weil gewöhnlicherweise gehen Karten irgendwelche Decks immer auf den Sack. Das. Da hat. Da ist nichts zum auf den Sack gehen. Das ist irgendwie komisch, dein Deck. Aber egal. Hey. Ich finde es gut, wenn man gegen unterschiedliche Decks spielen kann. So kann man echt unterschiedliche Sachen sehen. Weil in einer Arena, beziehungsweise in hier Herausforderungen, sieht man immer wieder nur die gleichen Meta-Decks. In der Arena sieht man immer wieder die gleichen Meta-Decks. Riesel, Poison, Lava-Hund sind so aktuell die geilsten Viecher. Hier schluckt die noch. Der hat kaum Damage machen können. Lief auch super. Lief super wie das erste Match. Wird das jetzt schon der Arena-8-Push, oder was? Wird das jetzt schon der Arena-8-Push? Ein Match noch? Das kann ich irgendwie nicht glauben, weil das läuft zu gut. Ich habe noch keinen verloren. Das funktioniert eigentlich so nicht. Nee, da fehlen noch zwei. Außer ich kriege jetzt 41 Trophäen, was eher unwahrscheinlich ist. Okay, Level 8. Werden mehr. Werden mehr. In letzter Zeit hatte ich fast immer nur Level 9 und jetzt habe ich viele Level 8. Meine Starterhand ist schwach. Diesmal setze ich nichts. Ich habe echt nichts auf der Starterhand, was funktioniert. Und der hat ein Luftdeck. Lava-Hund. Lava-Hund. Sieht nach Lava-Hund nicht, aber Giant auf jeden Fall. So. Musketieren ist leider noch weit weg. Und der Babydrache stirbt, Gott sei Dank. Yes, der Megalack-Rank geht auf die kleinen Skelette. Holy shit. Prinz, äh, Hexe, du hast den Tag gerettet. Come on, Giants. Schneller, schneller, bevor die alle durchpushen. Danke. Geht auf. Alter, die Hexe hat den Tag gerettet. Ohne Scheiß. Die war super. Und jetzt macht noch die kleinen Ficker-Fader kaputt. Nice. Nices Ding. Ohne Scheiß. Ich bin gerade voll weggeflasht. Dieser Megalack, äh, die Prinze... Die Prinzess. Die Hexe mit ihren kleinen Skeletten hat in der letzten Millisekunde das Scheiß-Match gerettet. Besser kann es nicht laufen. Darauf, äh, hole ich mir keine Rücke. Es kommt ein Kind dazu. Ich kann nicht solche Wörter sagen. Oh, schönes Ding. Der haut noch ein Baby drauf und raus, Sepp. Äh, chill, easy going. Das Match sollte eigentlich durch sein. Ähm, ja. Ich habe nichts gesagt, Glück. Sorry, sorry. Die Gefühle sind gerade ein bisschen übergeschwappt. Es musste einmal kurz rausgekotzt werden. Dieses Match ist alles andere noch geschafft, ne? Der kann hier noch alles drehen. Ein guter Push kann das ganze Match drehen. Ich habe keine Ahnung, welche Seite ich pushe. Konzentriert er sich auf rechts, auf links oder... Ich gehe auf rechts. Just because... Ah, da ist es. Da, da, da ist das. Da ist das Ding. Da ist das Ding, Leute. So, Mini-Pekka, come on. Yes, Mini-Pekka ist dran. Der Sparky ist down. Oh, superschön. Wunderschön. Wunderschön. Hier, das Match ist in trockenen Tüchern. Der eine Kobold hat alles gerissen. Alter, das läuft so putterweich. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein gutes Match gespielt wie dieses hier. Oh, du Scheiße. Das wird wahrscheinlich mein bestes Match in der History. Der haut noch eine Pumpe raus, die dir bei 40 Sekunden nicht viel bringt, Kollege. Pumpen 101. Wo sind die beiden? So. Dann kommt nochmal der Sparky. Wir machen die gleiche Geschichte nochmal, ne? Einfach, weil es funktioniert. Yes, der Zap. Oh, ho, ho. Oh, sorry, Leute. Ich muss ja gerade rauswerden. Aber der Zap war da. Oh, der war. Der war sowas von perfekt, Alter. Der war so Millisekunde davor zu schießen, ohne Scheiß. Gewöhnlicherweise kommt bei mir der Zap immer ultra spät. Ich verkacke den Zap immer bei den Sparky. Weil das Timing immer bei mir verkackt. Aber, hey. Die drei Skelette helfen. Und schade, keine drei Kronen. Aber, hey. Man sollte nicht jammern wegen ein paar Kronen, ne? Alter. Ich glaube, ich habe echt noch nie so ein gutes Match gespielt. Das Ding läuft. Lief Butter weich. Alles saß an seinem Platz, so wie ich sitzen musste. Der Zap zum Schluss war goldig. Und der Mini-Packer, wie er den vernichtet hat. Ein Match noch. Das wird der Arena 8, Porsche, oder? Der ist in Arena 8. Level 8 auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wird das Arena 8? Ich bin jetzt super hyped. Vielleicht, ich halte die Schnauze. Epische Musik. Ihr seid es gewohnt bei mir. Mit epischer Musik wird eh alles besser. Go. Ich halte mich. Ich halte mich. Äh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020